Monatsratschläge für September, Teil 2 von 4 Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Herbst steht vor der Tür. Die Wärme und der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ändern sich, weil sich die Sonnenbahn ihrer winterlichen Grenze dem Wendekreis des Steinbockes nähert, die elektrischen Ausströmungen der Erde allmählich zur Ruhe kommen und ihre magnetischen Kräfte sich in ihrem Inneren zu sammeln beginnen. Im September wird uns eine neue von den vielen Gelegenheiten des Lebens angeboten, unseren Körper, diesen Tempel des Heiligen Geistes Gottes, auszubauen und zu erhöhen. Er ist der Ausklang des Sommers und vielleicht war die Ernte für unseren Gesundheitszustand kein voller Erfolg. Jedoch sollten wir noch einmal Mut fassen, da sich uns noch mancherlei Möglichkeiten bieten, unsere Verhältnisse zu verbessern und sollten versuchen, einen Schritt vorwärts zu gehen, um uns der Gesundheit zu versichern, die unser Erbrecht ist. Weintrauben aller Art kommen auf den Markt und bieten ihren heilkräftigen Saft an. Kerne und Häute entferne man und beschließe eine Traubenmahlzeit immer mit etwas Honigkuchen, Ingwerbrot oder Melassekuchen. Weisse Tauben, besonders die Kernlosen, sind allen anderen Sorten vorzuziehen und bekommen auch jedem Temperament. Ist man sie zusammen mit rohen oder getoasteten Mühlenerzeugnissen wie Haferflocken, Weizenflocken, Gerstenflocken oder Maisflocken, dann helfen sie das Zellengewebe aufbauen und Nervenstörungen beseitigen. Am besten verdünnt man den Saft mit destilliertem Wasser und erhitzt ihn auf Blutwärme, damit sich keine Beulen und Karfunkel einstellen. So behebt der Saft von weißen Trauben Versäuerung und ist heilsam gegen Neuralgie oder Nervenentzündungen, Rheumatismus oder Muskelentzündung, Haut-, Magen-, Leber- und Darmleiden, Verstopfung, Blasen- und Nierenleiden und Grieß. Dann nimmt man den Saft, solange die Jahreszeit weiße Trauben liefert, am Morgen auf den nüchternen Magen und tagsüber, sobald man hungrig oder durstig ist, bis zum Niederlegen. Der Saft von blauen Trauben ist stark eisenhaltig und daher heilsam gegen Blutarmut, Hautleiden und Schnupfen. Blumenkohl lässt sich roh gut als Salat verwenden. Man schneidet ihn fein und gibt französische Salattunke dazu. Roh ist er heilsam bei Leberleiden, gebacken gegen Blasenschwäche. Gurken, Kürbis, Melonen, Squash, Tomaten, überhaupt alle Kürbisarten sind an der Zeit, verlangen aber, wenn man eine Mahlzeit daraus macht, einen anregenden Abschluss, wie eine Tasse Tee oder schwarzen Kaffee. Gurken kühlen das Blut, klären die Haut, fördern die Verdauung und helfen einer schwachen Leber ihre Arbeit zu verrichten. Mancher Magen lehnt rohe Gurken ab, aber ein gedünstetes Gurkengericht bekommt jedem. Kürbis ist, gedünstet oder gebacken, heilsam gegen Darm- und Verdauungsstörungen und hebt die Muskelkraft und den allgemeinen Gesundheitszustand, wenn man ihn nur mild würzt. Er sollt anstelle von Kartoffeln und häufiger als diese auf dem Tisch erscheinen und ist auch verfügbar, da er sich den ganzen Winter über hält. Kürbis ist, gedünstet oder gebacken, heilsam gegen Darm- und Verdauungsstörungen und schwarzen die Schwarzen zu verhalten. Kürbis ist, gedünstet oder gebacken, heilsam gegen Darm- und Verdauungsstörungen und schwarzen die Schwarzen zu verhalten. Kürbis ist, gedünstet oder gebacken, heilsam gegen Darm- und Verdauungsstörungen und schwarzen die Schwarzen zu verhalten.